Willkommen zurück, hier sind wir wieder bei Blythefall. Mit dabei ist wieder mein klitziger Bruder, der mir ein bisschen Tipps gibt. Das musst du vorsichtig sein, weil ich weiß schon, hier wo ein verstärkter Worm damit. Ne, oder? Doch, der kann mit einbauen. Gammelt der? Da, guck mal dahinten, da ist das Frage. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder. So, jetzt muss ich rechts in die Wand reinbauen. Nicht hier schon, ich hatte da vorne muss ich rechts in die Wand reinbauen. Und noch weiter. Salz. Gott. Alter. Das kann bei mir noch dauern, bis ich mich daran merke. Oh Leute, wir haben jetzt schon ein anderes Salz. Ne, es ist dasselbe Salz. Da hinten ist das Fragezeichen, da ist der Worm. Ja, es ist an der Oberfläche. So, und jetzt gehst du mal nach vorne und jetzt muss ich da rechts bei diesem anderen Teil reinbauen, was neben dir ist. Warte. Eisen? Ich kann es selbst tun. Ich dritte den Block dort, den Block. Jetzt brauchst du dich rechts rein. Oh Leute. Das ist dumm, das ist dumm, baust du schnell den Schein wieder hin. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Jetzt muss ich rein. Links. Weiter. Echt? So, jetzt haben wir drei Blöcke. Noch einen. Und jetzt nach links. Vielleicht musst du noch einen weiter. Einen weiter noch. Okay. Jetzt müsste es dort eigentlich so ein Worm sein. Ich bin nicht recht in die Wand. Natürlich. Zumindest war bei mir einer und der hat mich echt angestellt. Gott, ich hab Angst vor diesen Scheißteilen. I'm a Barbie girl. In my Barbie world. Life in Plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Was ist das für ein Block? Ach so. Weißt du schon. Ah ja, das liegt's da. Bei mir war hier halt einer. Und die können schon mal abrufen. Wenn er da jetzt gleich doch noch irgendwo ist, ne? LOL. Das Ding ist verbreit... Ich sag's doch als Gänsehaut. Ja, lass die Sache. Das bringt nichts. Das ist jetzt alles abzubauen. Das bringt's sehr wohl. Ich reinige die Welt. Ich bin Super Mario Sunshine. Das verbreitet sich wieder. Das weiß ich nicht. Nein, tut es gar nicht. Da ist Kohle drin. Ich hatte halt gehofft, dass hier das andere Teil ist. Was? Ja, die sind echt nicht zum Lachen. Ohne Witz, ich hab so Schiss vor den Teilen, obwohl ich noch nicht einmal gegen einen gekämpft hab. Einfach nur von dem, was ich gesagt hab, ne? Oh, die kommen dann sicher. Pack mich einmal, reiß mich in die Luft. Ich bin instant tot. Ohne Witz. Ne, ne. Ah, hier ist keiner. Safe? Ja. I'm scared. Falls der andere ist, wirst du früh genug merken. Hellooo. Ja, der ist kein Fragezeichen, also kann da auch kein Wurm sein, ne? Soll ich den Regen ausprobieren? Wenn da dann doch einer ist. Ah, ich hab da was Grünes an der Wand. Was Grünes? Ach so, ich dachte schon Wurm. Oh, Leute. Ihr könnt das gar nicht ahnen, ne? Aber ich hab grad so eine Angst. Für die Zuschauer ist das ehrlich so, ja. Lol, was denn Spaß. Oh, die sitzen da auch und gucken mir einfach nur zu, ohne Witz. Nein. Warf dich zurück. Ich hab schon wieder diesen verschissenen Bug. Nein, der ist abwichtig. Hallo, Wurm? Ich hab's einfach jetzt noch nicht zuerst gemacht. Also es war WU-U-U. Das gehört sich hier in einordentlichen wieder. Du brauchst aber auch als Spielzeige. Okay. Deswegen hab ich immer eine Ding und eine Stein mit. Da ist Grün, ist das Prometeum? Ja, das ist eine Brünnepunkt. Okay. So, und ne Tür, damit der Wurm nicht hier reinkommt und meine ganze Basis zerfickt. Nee, bei mir sind dort endlich mal Tiere gespawnt und die können halt vergiftet werden. Okay. Und was auch. Dann... Essen wir mal wieder Suppen. Die Pilze, muss ich mir merken, die bring's echt. Die bring's richtig. Ähm, gut Leute. Was machen wir jetzt? So, hol ich den Flint. Da. Oh, genau, bitte. Oh. Oh, so. Stein. Oder Holz. Halt, genau. Musst du einmal halt dieses Kreuz auf Holz machen. Einmal? Das kann ich tatsächlich einfach mehrere Male machen, ne? So häufig wie man's braucht. Obwohl ich gar nicht mach, nur einmal. Eine Pickachse. Ich will mir aber auch einen aus Stein machen, sonst kann ich doch gar nicht das Eisenerz abbauen. Einen kann ich gar nicht abholen. Nicht? Nein. Brauchst du dieses... What the fuck? Das ist Öl. Glaube ich. Glaube ich. Zumindest bin ich noch nicht reingesprungen. Mhm. Ka... Loil. Hier ist Wasser voll. Boah. Boah. Okay. Wommi, Wommi. Wir kommen. Überall Salz, Alter. Ich raste aus. Ich hab dich gern damit probiert. Ja, das ist so viel, Alter. Oh. Loil. Sonst weiß ich aber wo du dir ähm... Problem verschwunden kannst. Weil genau unter der Basis ein... Ähm... Hier genau da unter ist ein Dant. Hier drunter? Nein, hier ungefähr. Aber... Geh nochmal zurück. Ungefähr da rein. Da müsstest du aber Leiter nehmen oder so. Ich hab halt dort... Mit dem Kreis runtergebaut. Mhm. Ähm... Oh ja, guck mal runter. Wir gucken mal auf den Dungeon hin. Okay. Hier ganz in der Nähe sind überall Fragezeichen, da? Ja. Das ist eine Fragezeichen. Äh, Barbara. Ja. Okay. Oh, die Karte... Steigt jetzt auch schon irgendwie auf Dungeons... Äh, lol. Island. Ah, stimmt. Jetzt seh ich's auch. Die Karte steigt schon langsam auf Dungeons um. Find ich gut. Wenn das dort oben was steht, statt halt Island. Ah ja, stimmt. Silt Stone ist das hier grad. Was auch immer das sein soll. Oh, jetzt hab ich den Tiefbauer gehört. Oh Leute, wir haben schon wieder Salz, Alter. Irgendwann... Wenn das so weitergeht, können wir's echt mit dem Endboss aufnehmen. Mit Salzbauer, Martin. Wie tief ungefähr? Ich hör Zombies. Ich kann mal rein. Warte kurz. Okay, Leute. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Hier irgendwo sind Zombies. Ich seh sie auf der Minimap. Der Zombie ist da lang. Richtung dort. Die Zombies stören schon nicht da. Die sind hier ganz in der Nähe. Etwas tiefer noch, glaub ich. 34. Und ich bin... Um rechts steht 38. Da. Ah stimmt. Um rechts steht das jemand. Da. LoL. LoL. Der fällt gleich runter. Das ist ein unendlich großer Dungeon. Gravel, fall mal runter. Ist der Gravel geistig behindert? LoL. Ja klar. Ganz normaler Gravel halt. Die sind bei mir nicht. Da ist Prometeum. Okay, Leute. Es geht richtig gut voran. Gerade. Da schießt ein Skeleton auf mich. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. LoL. Was hast du denn? Da ist der Huchensohn. Was hast du für'n Kopf? Kok? Äh, Zombiebrain. Ist wenn man einen Zombie tötet. Da ist Prometeum. Da ist Prometeum. Genau das. Genau das. Ja erstmal, erstmal immer Umgebung sichern. Reiß mir den Kals durchgegangen. Okay, hier ist Umgebung sicher. Hier ist Salz. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich so ein Glück habe, überall Salz zu finden. Da oben links musst du runter. Wenn man bedenkt, wie wertvoll Salz in diesem Modpack ist und dass ich so ein Glück habe, Das ist an jeder Ecke so. LoL Prometeum. Hä? Oh Gott. Ist das Rap Stone? Ja, aber das kannst du nicht erbauen. Ne, da sind die fließenden Teile. Ich weiß auch nicht genau, wie für diese. Da oben links ist ein einzeln Blau. Okay. Diese Gründen habe ich auch schon gesehen. Da habe ich... Ja, das. Was ist das? Was zum Behinderten? Und du gehst da unten rechts runter. Mhm. Ähm. Okay, so langsam geht mir das Essen aus. Oh, der Behinderte. Stirb. Alter. Alter. Geht weg. Äh. Okay, jetzt kann mich die Vergiftung doch umbringen. Was ist das? Oh, lol. Da war ernst so eine lila Birne. Ja, lass was zeigen. Von da oben kann was kommen. Da ist nichts mehr weiter. Romethäum. Da ist Romethäum. Oh. Oh, diese Beere. Die Vergiftung kann ich immer drücken. Ich glaube, wenn das 1-2 Sch... äh, 1-2 Scham. Romethäum. Oh. Oh, diese Beere. Vergiftung kann ich immer drücken. Oh. Oh. Ich kann, dass ein bisschen runtergeglasen kommt. Aber wenn du stirbst, dann besser. Dann müssen wir schnell wieder oben. Okay. Weiter geht's nie. Was da? War war aber bei mir dieser Spinne? Erinnerst du dich? Ja, und was? Oh mein Gott. Ein... Seucht-Creeper. Mein Gott! Leute. Der Endboss. Wir brauchen Salz. Ach Gott. Stirb. Wie hielt es sich? Äh, nicht im Ernst, oder? Haltet er sich durch Salz? Salz ist so beschissen unnötig, ne? Ich weiß nicht, ich sah zumindest aus, dass er den Regen bekommen hat. Was kam ich so vor? Okay. Was ist das hier? Ich wollte nicht, dass ich da mal bei mir das spucht habe. Okay, die geht. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir verpissen uns wieder ganz schnell hier aus dieser Scheiße. Und das, was jetzt überhüllt, blockt. Und das hat ihn jetzt wieder vergiftet, oh mein Gott. Gut, Leute. Im Mod-Kent-Welt lieb uns empfohlen, dass er sich treten braucht. Okay. Weil du sehr degrationale Augen hast. Und wenn du springst, ist das Scheiße. Ach so, stimmt. Zeig dir die Schafe, ich fähre weiter. Ja, nice, Alter. Oh, die sind hier einfach gespawnt. Wie geil ist das? Na gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt Prometeum. Was wir damit machen, das kommt dann in der nächsten Folge. Und rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.